Geht da noch was für die Energiepreispauschale für Rentnerinnen und Rentner? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich hatte in einem Video kurz erläutert, dass der Bundestag am 12. Mai 2022 die Energiepreispauschale zum 1.09.2022 beschlossen hat. Viele Menschen, vor allen Dingen Rentnerinnen und Rentner, haben gegen den Ausschluss bei der Energiepreispauschale protestiert und machen das auch heute noch. Ich sage, Rentnerinnen und Rentner haben den Wohlstand dieses Landes mit aufgebaut und gehen jetzt de facto leer aus. Berechtigt, wenn sie sagen, das ist eine Frechheit, hat denn mein Protest überhaupt nichts bewirkt, kann ich es also lassen. Die Bundestagsabgeordneten, der Grünen, der Sozis und der FDP, die hören ja sowieso nicht auf mich. Glauben Sie das bitte nicht, denn sie sind sehr wohl gehört worden. Rolf Mützenich, ein sehr einflussreicher SPD-Mann, nämlich Fraktionschef der SPD, deutete in einem Interview vom 11. Mai 2022 weitere Entlastungen für Rentnerinnen und Rentner an. Ich zitiere, möglicherweise werde die Koalition noch einmal die Gruppen in den Fokus nehmen, die nicht konzentriert von den jetzigen Entlastungspaketen profitieren. Das betrifft Rentnerinnen und Rentner. Dies werde angepeilt, wenn zusätzliche Entlastungen notwendig sind und darauf deuten auch die neuesten Zahlen hin. So sagte es Fraktionschef Mützenich. Und was die neuesten Zahlen sind, das dürfte doch klar sein. Wir haben aktuell im April 2022 7,4% Inflationsanstieg. Das ist die höchste Preisinflation seit 40 Jahren, in einem Monat. Und weitere angekündigte Preissteigerungen bei Strom, Gas und Öl. Sollte es so weitergehen mit den Preissteigerungen, müssen Rentnerinnen und Rentner auch entlastet werden. Das ist völlig klar. Die Rentenerhöhung 2022, die zum 1.7. dieses Jahres kommen wird, wird wegen der gestiegenen Inflation sage und schreibe verpuffen. Sie wird keine Wirkung haben im Portemonnaie unserer 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Daher an Sie nochmal, machen Sie weiter Druck. Es kann sich lohnen. Nicht nur einmal, nicht zweimal, sondern meinetwegen auch zehnmal. Und sagen Sie in klaren und bestimmten Worten einfach Ihre Meinung. Wir können nur hoffen, dass Millionen Rentnerinnen und Rentner am Ende auch einen Zuschuss zur Energieentlastung bekommen werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Und dasatnere Mr. Ich wähle vielmaß, wenn wir voiren sie in die Schadenhain. Dann eine Bchtel